Hä? Was denn? Ich hab... Ich hab ein Panzerhandschuh. Ja, hab ich dir auch gegeben eben, für den Mech. Achso. Ja! Hä? Ich hab das, ich hab dies. Hä? Das ist für den... Achso, achso, übrigens, hallo, ne? Achso, fangen wir schon an? Okay. Ja. Na gut, ja, hallo? Guck mal. Ach, das kann man anziehen? Das wusste ich gar nicht, dass es für den Mech gewesen wäre. Nee, ich glaub, das kann man anziehen. Ja. Nee, nee, ich hab doch davon noch zwei Stück. Behalt. Ich hab noch was anderes. Ja, ich weiß, so einen Bohrer hab ich auch schon mal gesehen. Hast du ihn gekauft? Äh. Beim Bären? Oh. So, okay, wir sind heute... Heute ist wieder die, ähm, ähm... Wie heißt sie noch hier? Wie heißt es noch? Wir sind heute wieder, äh, klausophobisch. Das ist die dritte Folge, in der wir klauen. Und wir fangen direkt hier vorne an. Mit dem Bett. So, hier. So. Ich hab'n. Du wolltest doch hier das Saloon, du wolltest doch hier die, die, die Tür. Und ich will das hier alles haben. So, es geht los. Hey, die sind aber... Die halten es relativ viel aus, ne? Ja, die Nova Kids sind relativ stark. Ja, so ist das. Oh, pass auf, du. Junge. Oh, hier ist noch einer. Warum kämpft der nicht für uns? Du willst auf mein Schiff? Warum kämpfst du nicht? Du willst auf mein Schiff? Warum kämpfst du nicht? Ach, stimmt. Du wolltest die Tür doch haben. Nee, ich wollt... Hä? Ich will das hier noch. Und das hier. Oh, wir klauen dir den alles unterm Arsch weg hier. Tja, tut mir leid, aber ich will das nun mal haben. Alter, die haben jetzt so komische Waffen, die... Ja, warte doch mal, ich helfe dir. Oh, die Uhr möchte ich. Machen Sie mal so schnell Schaden? Sehr gut. Teamwork. Cool, ist cool. Das ist hier alles cool. Oh. Oh, ich möchte den Sessel. Teleportkern. Oh, das ist gut. Ja, die Uhr, ja. Ja, ja. Ich glaube, du hast die Saloon-Tür nicht mitgenommen. Ich dachte, du wolltest sie haben. Ich hole das Schild. Das Schild? Nicht die Tür? Ja. Hör doch. Gott sagen Sie, sonst hole ich die jetzt. Na, dann hol sie mal. Hey, das gehört nicht dir. Ja, ich weiß, deswegen nehme ich es doch. Wachen, hier ist ein Verbrecher. Oh. Hey, die will ich haben. Die sieht geil aus. Was? Ich muss mal ganz kurz weg. Wo bist du? Ich komme sofort. Hä? Vertrau mir. Wo ist er hin? Das ist wichtig. Okay. Ich dachte, wir klauen jetzt hier. Ja, ich komme sofort. Ich bin aufs Klauen gefreut. Und der verschwindet. Unmöglich. Hallo. Klaue mal weiter. Ich komme noch weiter. Ich komme noch auf mein Schiff. Dann helf mir hier. Was? Ach, hier ist einer, der will auf mein Schiff. So. Ich habe mich übrigens gekleidet extra dafür. Ich habe einen Kauberhut an und habe Klamotten an dafür. Alles passend. So, ich musste was wirklich Wichtiges machen. Die Lampen habe ich, glaube ich, auch noch bisher. Aufs Klo gehen. Echt? Nein. Ich komme gleich mal gucken. Nee, ich habe mein Schiff verbessert. Habe ich mir schon gedacht. Aber erst mal wird weiter geklaut. So. Ja, jetzt. Ja, da ist nämlich eine, die kann ich mitnehmen. Rita. Ach so. Geil. Nice. Ich habe die dabei. Wir überfallen die und dann geht sie noch mit. Ja. Macht voll Sinn. Totale Loyalität. So muss das sein. Ja. Ach. Was ist das denn hier? Aber das ist dann auch komisch, als wenn er hier schon so ist, ne? Oh, was ist das denn hier? Ein Gefängnis? Oh. Oh, 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 Vorsicht. Alter. Der Bürgermeister. Was sieht aus? Ey, die machen so viel Schaden. Oh. Oh, ich muss mal in Deckung. Na los, 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 los. Komm, weiterladen. So. Ich löse dich ab. Ich. Oh, guck mal, hier oben. Da ist einer gefangen. Wo ist der Notloader? Attacke? Nicht auf mich, Junge. Genau. Fall er den ab. Junge, ich habe dir geholfen. Äh. Sperren einfach wieder ein. Warte, ich sperre dich mit dem ein. Ja. Vielleicht ergibt das sich. Der ist cool, den will ich haben. Ergib dich. Das ist aber keine, keine Quest. Du musst das mit einer Quest machen. Oh, ich will hier diesen Schalter haben. Oh. Wo denn? Ach, guck mal, das ist hier echt ein Gefängnis. Wie cool. Ja, lebe doch auch hoffentlich unfair. Ich packe dich ab. Geh doch. Oh, das ist auch cool. Oh. Oh, die Vasen kann man mitnehmen. Suchst dich nicht. Cool. Ah, ich habe gedacht, ich kann mich lernen. Scheiße. Oh, und hier den hier nehme ich auch mit. Und die Tür. Ja. Ey, 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 ey. Ach, guck mal, hier. Ich will über alles reden. Das will ich haben. Tut mir leid, ne? Aber so ist das nun mal. Wenn wir kommen, wir sind quasi auch Outlaws. Oh, das will ich haben. Oh, Alter, was ist denn hier los? Ach, das war's. Zu Ende. War trotzdem cool. Ja. Schön. Guckt euch meine Ausbeute an. Oh. Ja. 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 Hä? Okay. Wo bist du? Ich bin verschwunden. Komm, wir wollten noch jemanden beklauen. Noch jemanden? Ja, ja, komm. Seine Gier noch nicht gestillt. Nein. Hä? Die war hier schon überall. Ich glaub's ja nicht. Was? Wo denn? Da sind Kisten überall und die sind alle leer. Tja, das Leben ist hart. Wo bist du denn? Ich bin ein bisschen nach links gegangen. Bisschen erkunden. Ach, nach links? Ja, nach rechts. Wollte grad sagen, hä? So, ich geh hoch. Wir wollen noch welche beklauen. Wir haben doch keine Zeit. Wir wollen beklauen. Klauen, klauen, klauen. Na gut. Was hab ich eben gesagt? Klaustrophobie? Das ist doch falsch. Ja. Hab ich Klaustrophobie gesagt? Ja. Oh. Ich hab ein helles Licht gesehen. Nein, warte. Das war nur ich selbst. Hey, Klauen. Da gehen wir jetzt hin. Und ihr wisst wo. Wenn ihr es seht. Hä? Ich hab schon wieder Hunger. Oh, oh. Wenn es lacht, heißt es nichts Gutes. Du wirst gleich sehen, wo ich bin. Kaffee hinterher, komm. Bam. Mannschaft. Ich hab hier nämlich was entdeckt. Und es hat mit folgendem zu tun. Ich habe das nämlich umgebaut bei mir auf dem Schiff. Unten diese Disco. Und dann lagen die Sachen da. Dann hab ich weitergebaut. Und auf einmal hat das so, ja, auf einmal waren die Sachen weg. Die sind einfach verschwunden. Also die lagen rum. Und ich hab die halt, war noch am umbauen. Und die lagen halt auf dem Boden. Ne? Also die, 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 die Materialien. Und bevor ich die aussammeln kann, sind die einfach puff. Haben die sich um nichts aufgelöst. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal zur Hylottel gehen. Und nochmal klauen. Nochmal klauen. Ja. Ich hab nämlich hier was gefunden. Da muss ich nämlich ganz viel klauen. Oh, da schläft einer. Huch. Diese Disco-Lichter brauche ich nämlich zum Beispiel nochmal. Renn mal nicht vor. Bleib mal hier. Ach so. Ach so, scheiße. Ich hätte das erstmal entleeren sollen. Ah, warte mal. Bleib mal stehen, bitte. Ach, jetzt kann ich ja. Wir können ja nicht hoch. Wir können ja nicht hoch. Fuck. Na gut, muss ich jetzt gucken. Joga. Unten ist doch die Disco. Nee, hier oben. Echt? Ja. Oh, tatsächlich. Guck mal. Warte, bleib mal, dass du das nicht aufsammelst. Bleib mal bitte umgestehen. Hier oben, du kannst jetzt auch so eine Disco mitnehmen, ne? Hörst du? Okay. Schämlich. Also diese Musik, dieses Musik-Ding. Ah, jetzt kann ich schon nichts mehr aufnehmen. Fuck. Warte mal, ich schenke dir mal ein paar Sachen hier. Das hier habe ich zum Beispiel schon. Das brauche ich auch nicht. Ah, du Arsch. Du Arschloch, ey. Du bist doch echt ein Arsch. So, das tue ich weg. Das tue ich weg. Das tue ich weg. Bleib mal hier. Ach so. Brenn dich immer vor. Weil ich möchte, dass wir gemeinsam bitte dahin gehen. Damit ich nicht wieder, damit nicht wieder einer sagt, oh, was ist das denn geil ist? Und dann sieht man das aber nicht in dem anderen Let's Play. Verstehst du? Das möchte ich bitte nicht. Nach Möglichkeit. Damit ist ja wie die ganze Scheiße aufgesammelt. Ja, Pech. So, also. Ach, warte hier. Ich wollte das hier noch. Warte. Sprach. Oh, okay. So. Dann komm mal mit. Ich zeige dir was Tolles. Angenommen, ich mache jetzt mal hier auf, ne? Oh, okay. Das war eine gute Idee. Oh, eine Tiefkultruhe. Oh, die will ich haben. Oh, die muss ich haben. Unbedingt. Dann bin ich mal unter Druck. Ich mache schon wieder Druckplatten. Dura-Stahl, ne? So, ich bin da. Kommst du, ja? Ja, äh. Ja, du, äh. Ja. Komm mal. Was ist unten, oder was? Ja, guck mal hier links. Eine Arcade-Halle. Ist das nicht geil? Das ist, das ist, ja. So, einmal das will ich haben. Oh, warte mal. Ich kann nichts mehr aufsammeln. Hast du noch Platz? Ja. Okay, dann sammle mal bitte mit auf hier. Ich möchte nämlich das Einhorn und so haben. So, dann will ich das Schild und hier den ganzen Kram. Jetzt kannst du auch nichts mehr aufsammeln, ne? Okay. Okay, dann müssen wir mal gucken. Oh. Ja. Fangen die schon an zu schießen? Ja. Oh, okay. Also der eine halt. Warte, ich komme helfen. Oh. Oh. Na los. Okay, warte mal. Da muss ich jetzt mal eben hier Prioritäten setzen. Shit. Das brauche ich nicht. Oh, da kommt der Nächste. Das brauche ich nicht. Alter, okay. Der zieht gut ab. Wo ist er denn? Unten. Erstmal wegballern. Okay, jetzt ist er wieder abgehauen. Das brauche ich auch nicht. Das brauche ich auch nicht. Das brauche ich auch nicht. Äh, 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 öh, öh. Bleib mal stehen. Bleib doch mal stehen, Junge. Bleib doch mal stehen. Hä? Wer? Der da. Gott sei Dank, es ist vorüber. Hä? Du bist da. Hm. Wenn es gar nicht anders geht, muss ich hier nochmal hinkommen. Okay. Ich habe halt nur Angst, dass die Sachen verschwinden, weißt du? So wie mir in der Folge halt. Deswegen habe ich ja, muss ich ja hier nochmal klauen, weil alles weg war. Das war voll dumm, verstehst du? Verstehst du das? Ja, ich verstehe das. Ach doch, den wollte ich haben, verdammt. Hä? Boah. Okay, krass. Muss ich hier wieder sortieren. So. Es gibt ja Frachtcontainer. Ah, ja, die wollte ich auch mitnehmen. Scheiße. Du bist schon wieder vorgerannt. Ich bin nur eine Treppe runter. Soll ich die mitnehmen für dich? Wenn du Platz hast. Oh. Ich finde Platz. Hm. Hä? 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 Ja. Jetzt hast du es schon abgebaut. Jetzt konnte ich es nicht zeigen im Let's Play. Okay, naja, gut. Verdammt. Ja, warte. Komm, ist halt wieder hin? Nee, ist schon okay. Ah, das kann man auch abbauen hier. Ja, bitteschön. Das will ich auch. Kannst du das hier auch drauf sammeln? Diese Dinger hier? Zufällig? Oh, das Licht ist auch cool. Ähm. Hm. Ach, guck mal, das kann ich noch wegtun. Hast du noch Platz gehabt? Echt? Ach, krass. Okay. Na gut. Danke schön. Bitte schön. Autsch. Kannst du hier oben auch noch... Warte mal. Was ist das denn hier für ein Hintergrund? Den kenne ich ja noch gar nicht. Was? Roter Spielzeugblock. Ach, wie cool. Wie geil. Das ist wie Lego. Komm mal her, dass du das auch lernst. Ich überflute hier alles. Da, wo das Wasser herkommt. Ah, okay. Oh, scheiße. Ich glaube, ich will... Wo ist denn das denn? Ja, hier liegt noch Kram vor mir rum. Sterben die jetzt hier drin? Ich glaube. Ich weiß nicht. Das sind ja Hylottel, die überleben das schon. So, gut. Das war's eigentlich schon. Die Schilder da draußen muss ich jetzt nicht haben. Was gibt's denn hier sonst noch? Oh, oh. Hier ist ein böser Gegner. Ups. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh, das da oben will ich haben. Ich verreck. Wo bist du? Was ist denn los? Ich ertrink ja. Warum? Weil ich unter Wasser war. Hä? Hast du keine App? Hier kannst du hoch. Oh, nee. Ja, gleich. Hast du die App nicht? Nee. Scheiße. Okay, Frank. Hä? Man kommt hier nur wieder raus, indem man durchs Wasser nach oben schwimmt. An die Oberfläche. Echt? So ein Zufall. Fuck. Komm doch mal hier hoch. Was machst du denn da? Ja, 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 ich will die retten. Wen? Ja, die Hylottel. Wo sind das? Hast du das zugebaut? Ja. Kommt denn das her? Ich hab das hier aufgemacht. Wo denn? Nee, hier oben nicht mehr. Das läuft jetzt nur noch so rum. Ja, ich weiß nicht wo. Ist das noch offen? Nee, ist nicht mehr offen. Hast alles zugemacht. Weiß nicht, was das hier gerade ist. Jetzt hast du es in dem Vordergrund gebaut. Aber auch in dem Hintergrund, glaube ich. Okay. Ja. Hey. Ach, Kacke. Das ist natürlich, das kommt nicht mehr. Das ist von, das, weiß nicht, was das hier macht. Das ist wahrscheinlich jetzt gerade Buggy. Das läuft nicht mehr. Das ist nur noch da so am Rumschwimmen. Na gut. Ups. Guck mal hier oben. Dann halt nicht. Ich will diese, ich möchte da oben, weil es der bewacht, ne? Dieses Ding da mit dem Gesicht. Das will ich haben. Ja, klar, komm mal hoch. Pass auf, der ist bestimmt stark. Ah ja. Der sieht stark aus. Der Typ, guck mal, der rennt gegen die Wand. Oh, der ist gar nicht so stark. Nö. Siehst du? Kannst du das noch aufsammeln? Kannst... Das ist voll gemein. Ich glaube, das stimmt gar nicht. Was ist das? Nee, das ist ein Boxsack. Ach so, meinst du? Ja, bestimmt so. Und warum kann man den nicht mitnehmen? Weiß ich nicht. Man kann den nicht aufsammeln. Nee. Ist ja schade. Ach man. Na ja, gut. Oh, das sind Muscheln hier. Guck mal. Wo? Hier. Treppe runter. Ach so, ja, aber die zerbrechen, glaube ich, wenn man die aufsammeln will. Ja. Gehen kaputt. Hä? Ach ja, gut. Verdammt. Hier kommt noch Wasser rein. Nee, hä? Das ist irgendwie festgebackt, das Wasser. Keine Ahnung. Okay. Da oben links ist noch eine Truhe. So, was machen wir denn jetzt mit dir? Mit mir? Mhm. Warum? Ja, du wirst ja sterben. Ach so? Hast du die App jetzt an? Nö. Ja, aber ich dachte, du ertrinkst dann. Ja, aber das Wasser fließt doch hier ab. Ja, aber, Kayfank. Hm? Wir kommen nicht auf unser Schiff. Wir kommen nur auf unser Schiff, wenn wir im Wasser sind. Warte mal, ich probiere mal eben was aus. Ich glaube, es reicht, wenn man nur kurz im Wasser ist. Ich gucke mal eben. Ich glaube aber nicht. Ach so, du meinst schon, ich muss eigentlich die Oberfläche raus. Ja, genau. Ach so, ja gut, es wird schon. Ich check das mal eben. Nee. Wir müssen bis zur Oberfläche schwimmen. Ja, schaffe ich. Nee, das schaffst du nicht. Och, pass auf. Ja, dann komm her. Komm, wir machen zusammen. Wo? Ach so. Links. Äh, rechts. Scheiße, ich will die Lampen hier noch haben. Kacke. Ah Mann, ich hätte die Sachen wieder zurückbringen sollen. Auf was kann ich denn noch verzichten? Ach ja, okay. Ich habe nur eine Strahlungs-App. Ja, aber das ist die doch. Das ist die? Ja, die hat doch auch, die hat doch auch Atmungs-App. Die haben wir doch aus der Atmungs-App erstellt. Ach so. Ja gut. Oh, Kevin. Mann. Ah ja, ich kann atmen. Ich mache mir voll Sorgen um dich, hör mal. Okay, aber jetzt, das mache ich jetzt trotzdem. Was? Ja, ich probiere es jetzt trotzdem rauszukommen, ohne Luft. Echt? Aber zieh dir die an, bitte, bevor du stirbst. Na dann komm, wir sind hier fertig. Wir haben alles geklaut. Na dann, aufwärts. Komisch. Ich komme hier nicht raus. Ach so, das ist ein Knopf. Ja, musst du warten. Jetzt bin ich aber gespannt. Wie weit ist denn das? Das ist schon ein Stück. So, Hälfte habe ich noch. Okay, könnte reichen. Toilettenpapier? Das bringt dir jetzt hier bei dem ganzen Wasser auch nichts. Falls ich mich einscheiße. Guck mal, easy. Hast du es geschafft? Ja. Oh, guck mal, die kleine, süße Insel. Wir sind auf einer Insel gestrandet. Auf einer einsamen Insel. Oh. 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 Shit. Ja. Mach's ehrlich. Ja. Wir sind die einzigen, die noch überleben sind. Wir müssen jetzt eine neue Generation bilden. Evi, ich komme nicht hoch. Ich komme nicht hoch. Vielleicht bilden wir doch keine neue Generation. Wir sind ja dann stroh-dumm. Aber es sind unsere. Ja, toll. Dann sind das Mensch, also zu 25% Mensch, zu 25% Floraner und zu 50% Lottel. Nee, und zu 50% Hamburger. Oh, guck mal, die Sonne geht auf. Hamburger. Die Sonne geht auf. Ist das schön. Ja. Oh. 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 Was? Oh. Ich bin ganz rot jetzt in der Facecam. Also so gelb. Komm, wir schwimmen mal. Wir gucken noch mal, ob hier irgendwas zu holen ist hier oben. Okay. Warte. Yay, 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 yay. Oh, Gott sei Dank warst du dabei jetzt. Sonst hätte ich da nochmal runter gemusst. Ja. Oh, hier sind Gegner. Oh, was ist das denn? Komm mal her, bitte. Ah, oh, nein. Warte, warte, warte. Ich will auch, ich will auch. Ja. Stimmt, ja. Habe ich ganz vergessen. Oh, ist das schön. Guck mal, ich so, yay. Yay. Ist das süß. Oh, jetzt kriege ich Hunger. Guck mal, ich bin mich immer noch am Freuen. Ey, wie kriegst du das jetzt wieder zurück? Ach, Gott. Wieder mit Ehe halt. Mit dem Pokeball. Guck mal, hier oben. Guck mal, da oben, der Krebs. Oh. Hä? Oder das. Wie cool. Es ist bestimmt ein cooles Pad. Ah, Mist, ich habe das sogar gehabt, glaube ich, ne? Ne. Ne, hast du noch so Paddinger? Ne, ne? Ja, doch, zwei Stück. Und hier die Palmen, ne? Übrigens. Hattest du das schon mal, hattest du schon mal welche gefällt? Ne. Wegen Kokosnüssen. Pass auf. Da, liegen Kokosnüsse. Cool, ne? Da kann man nämlich Essen mitmachen. Ja. Kokosmühle. Kokoseis. Ja, Kokosnüsse. So? Ja, gut. Ach, schon wieder vorbei, oder was? Ne, doch nicht ganz. Wir können ja noch mal gucken, ob wir noch eine finden. Yay, yay. Ach so, wir können doch mit dem Boot fahren. Mach doch mal das Boot klar. Warte, warte, ich muss kommen, ich komme, ich komme. Ich komme, ich komme. Fahr du mal. Ach. Ach. Ich will mich freuen. Ja. Yay. Ich bin der Kö... Aber du guckst mal grimmig, wenn du was sagst. Oh, warum weinst du? Bist du so... Zu schnell. Oh, nein. Ist zu schnell. Dann kann ich ein bisschen langsamer fahren, dann geht es vielleicht, ja. Wie süß. Ist so süß. Geht euch, ja. Ist zu schnell. Nein. Hilfe. Leckt ein bisschen. Jetzt macht es Spaß. Jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich Angst. Hilfe. Eisberg. Eisberg. Nein. Das macht voll Spaß. Das ist schön. Der kleine Propeller da unten. Herrlich. Der ist voll finzig. Ja. Geht aber trotzdem ab wie Schmitzgatze, du. Ach, herrlich. Ach so, es regnet. Ich dachte gerade, hä? Warum werden wir denn nass? Wui. Schon wieder der Vogel. Und Batsch. Ich glaube, der war gut. Die sind alle nicht gut. Tun nur so. Jetzt los. Kommst du nicht hoch? Wahrscheinlich. Oh. Warte mal. Ach so. Hast du noch so ein Pad? Ja, jetzt kannst du... Alter. Habe ich gut gemacht, ne? Jetzt kannst du... Jetzt könntest du ihn holen. Hast du noch so ein Padding? Pokeball. Pokeball. Sieg. Ach, wie cool. Hast du noch ein Krebs? Passt ja zu dir. Ich habe noch so ein Pokeball. Willst du einen haben? Nee, ich mache mir bald eine Padstation. Hier unten ist noch eine Kokosnuss. Ach so. Ich wollte gerade sagen, ich wollte ihn gerade attackieren. Komm zurück. Voll der dampfende. Dampfende kleine Arschi. Dampfnudel. Dampfnudel. Oh, ich esse voll gerne Dampfnudeln. Oh ja. Isst du auch gerne Dampfnudeln? Die Vanillesoße. Ich esse die halt gerne auch mit Pflaumenmus in der Mitte und mit Monus. Ist das noch gern Knödel, oder? Ja, gern Knödel. Dampfnudeln, ja. Ah, mein Gott. Ist ja fast das gleiche. Also gern Knödel. Nein. Ich esse halt gern Knödel, gern und Dampfnudeln. Alles, was so ist. Okay. Boah. Oh, cool. Okay. Wer hat die Kokosnuss, wer hat die Kokosnuss, wer hat die Kokosnuss geklaut? Ich? Der sieht eigentlich auch ganz cool aus. Aber der ist... Oh. Ey, Einschlag, ne? Ich will dich haben, Batz. Da musst du dann so eine kleine Waffe nehmen, dass das nicht so... Ja. Nicht gleich tot geht. Aber ich glaube, die sind ja... Die lieben... Ich weiß nicht, ob die auch angreifen können. Ach so. Weiß ich nicht. Das bringt dir ja dann nichts. Wobei, gut, wenn du es haben möchtest vielleicht. Oh, der ist explodiert. Er ist explodiert? Der krebs. Oh, es wird Nacht. Komm, wir fahren noch eine Runde. Ach so. Dann ist auch gleich die Folge vorbei. Komm, Baby. Komm. Ich kutsche hier nicht rum. Vor allem, ich sehe auch aus wie so ein Käpt'n. Und du wie halt... So schnell, so schnell. Nein, so schnell. Schneller, schneller, schneller. Komm. Nein, so schnell, so schnell. Ach, Mann. Oh, oh, oh. Schnell weg. Schnell weg. Oh, den will ich haben. Den will ich haben. Der ist gerade runtergefallen. Schieß die mal ab. Wow. Hey. Gut gemacht. Wen willst du denn haben? Den da, wo er da gerade war? Äh, der ist weg. Ja, der ist gerade runtergesprungen hier. Ins Wasser. Öh. Du warst gerade kurz weg. Ich weiß nicht. Warte, hier nimm dein Boot mit. Ach so. Oh, ja. Stimmt. Vielleicht finden wir noch so einen. Komm mal mit. Äh. Koks wieder? Ist Koks wieder? Ja. Ja, ja. Es hängt noch ein bisschen in der Nase. Oh, Alter. Ey. Ich dachte, du hast den platt gemacht. Ach so, das war ein anderer jetzt. Äh. 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 Noch eine Insel? Willst du gucken, ob wir das Vieh kriegen? Ja, vielleicht noch mal ganz kurz hier rum und aber dann ist gut. Dann ist gut. Dann haben wir genug Wasser hier. Aber echt. Warum schwimmen wir eigentlich, wenn wir ein Boot haben? Oh, was? Äh. 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 Warum? War das der, den du wieder wolltest? Nee, aber so ein ähnliches sah auch cool aus. Ich glaube, wir sind jetzt eh einmal rum. Ja. Hm. Oh. Hä? Ach so. Was denn? Ach, hier ist wohl ein Händler oder? Nee, das bruchnet. Ach so. Voll asozial. Ich habe einfach alles kaputt gemacht hier. Gut. Räuber, Langfinger, Dieb, Wachen, ich brauche euch. Oh, oh. Jetzt ist es ruhig. Gut. Gott sei Dank ist es vorüber. Oh, oh. Vor allem, oh, oh. Wollen wir mal ganz asozial sein? Nein, nein, nein. Okay. Also, tschüss, Freunde. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es ist... Er ist einfach reingegangen. Warte, ich hinterlasse ihm ein Geschenk. Oh. Oh, 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 oh. Er ist ja schon getötet. Entschuldigung. Aber es war einfach... Ich war gerade... Das... Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich gehe mich schämen. Folge zu Ende. Tschö. Tschö. Ich muss mich schämen gehen. Tschö. 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 Vielen Dank.